Oh ja... Was guckt der Matze denn da oben? Da war ein Schmetterling. Wie ist der denn da hochgekommen? Keine Ahnung. Der ist gefallen. Hey, wie bist du denn da hochgekommen? Ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Habt ihr es gesehen, Matze hat gerade den Cheat aktiviert. Den Cheat? Den Speedhack. Ja, auf jeden Fall. Das sah gerade echt so aus, als ob er einfach so... Okay, what the fuck. Guck, es geht. Alter, jedes Mal an dieser Scheißstelle springt er nicht. Das bestimmen wieder so diese unsichtbaren Blöcke dahin. Scheißtrick dahin. Hure. Ach, komm. Warte mal, das war jetzt Difficulty 4. Okay. Okay. Also machst du Difficulty 4, ne? Aha. Ja, dann hier springen. Ach, fick ich doch. Scheiß Schaf, du bist schuld. Oh, endlich. Okay. Das war ein fucking 4er Sprunge. Alter. Alter. Was? Alter, willst du mich verarschen? What? Warum hast du diesen Block da hochgesetzt? Der geht jetzt nicht mehr weg. Warum nicht? Was? Ne, der geht doch weg. Warum kann ich den nicht abbauen? Ist das dumm? Guck mal, ich kann hier nichts abbauen. Aber du hast OP-Rechte. Ja, natürlich. Aber... Ich kann alles abbauen. Das kann ich auch abbauen. Aber probier mal so einen Block abzubauen. Warum? Warum? Was ist dein Problem? In welchen Game Mode spielst du? Adventure. Adventure, okay. Ich fühl mich verarscht. Alter. Das Leben ist ungerecht. Oh Mann, dieser Sprung ohne Witz. Matze glaub mir, das ist noch nicht der Sprung, der dich zum Ragen bringt. Was gibt's schlimmer? Oh ja. Ich weiß, aber der ist einfach scheiße. Ja, danach kommt noch einer, der ist auch scheiße. Achso, ja, ich renne doch heute Minecraft, gell. Achso, ja. Achso, ich schon zu weit, oder was? Hm, passt, ja. Okay. Oh, Hure. Mann. Mann. OK, aber jetzt weiss ich zumindest wie es geht. Wie? Klär mich auf. Ja, warte. Ich... cuent eigentlich nen anderen Sprung aber. Achso. Den kann ich dir auch zeigen, wenn der klappt. Hm, erstmal nicht. Also ich mache es immer so Dass ich hier so nach links gehe Und dann springe ich und dann rüber Da mal springen und dann springen Ja mit dem Doppelsprung halt Versuchen Ach keine Ahnung Also mit dem Doppelsprung hat es bisher immer ganz gut geklappt Okay Muss halt natürlich auch nach vorne drücken dann So jetzt habe ich fast geschafft Wenn du denkst du hast fast geschafft Dann hast du es nicht geschafft Ja Nein Alter Alter. Yay. Hure. 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 Gib gleich auf. Oh ne witzige, mach mal auf dich, ich sprung. Nein. Hure. Verdammt ey. Zwei Sprünge wären es noch gewesen. Na gut, starten wir wieder bei Null. Auf Matze, ganz am Anfang wieder anfangen. Auf, nö. Wie, nö. Ach komm, jetzt hab ich fast nicht geschafft. Wie, ganz am Anfang anfangen. Ja, von Anfang an. Was denkst du denn? Achso, von... Von ganz, ganz Anfang an. Ja, klar. Nö. Okay, ich fang jetzt nochmal von vorne an und... Ja. Bis ich dann wieder hier bin, dann hast du den Sprung vielleicht auch mal geschafft. Nee. Nee, du hängst dann immer noch. Ja. Ja, ich häng. Ja. Häng gern. Jawohl, ja. Ja, freu dich. Nein. Ich sag's doch. Mano. Jetzt mach ich das immer. Aha. Nein. Alter. Ich arbeite mich langsam nach vorne. Ich bin wieder einen Block weitergekommen. Ohoho. 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 Der vorletzte Block. Der vorletzte Block. Ach man. Ah ja. Ach komm, das ist... Schon scheiße, gell? Ohoho. Ohohoho! Oh! Vielen Dank.